Ja, Grüß Gott und herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu unserer neuen Saison live aus Deneriffa, erstes Trainingslager. Ja, vieles ist passiert in diesem Jahr, oder besser gesagt seit dem letzten Turnier, um noch einiges zu nennen. Heinz Brüller hat ausgebrüllt, er macht die Formel 1 Rennen nicht mehr. Und Florian Grosch, zu dem wir jetzt gehen werden, ist Vater geworden. Florian, kurz einmal Zeit vielleicht für mich. Florian, wie ist das so? Wir haben erfahren, du bist Vater geworden, ein Sohn, wenn ich das richtig erfahren habe. Ja, wie geht's dir, wie geht's dem Sohn, wie geht's der Mama? Alles bestens, alles bestens. Die vermissen mich schon sehr. Sie vermissen dich, ja klar. Und ich vermisse auch sie schon, sie schon sehr. Sie schon sehr, gut, danke. Hier unser neuestes Mitglied, Thomas Hebenstreit. Sportphysio, seines Zeichens, ja, Thomas, du bist neu im Team, Goschhorst, in diesem unglaublichen Team, also angebliches beste Team. Ja, wie ist er zugekommen und wie findest du es so? Ja, spontan, zufällig, sehr schön, bei den Beach Boys. Alex und Flo. Alex vor allem, ne? Alex, absolut Beach Boys, ja, sicher. Ja, aber es macht Spaß, ist okay. Gut, danke.